Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Biest of Mood. Fuck the Biest. Ja, und jetzt habe ich endlich Rache an Armagen genommen dafür, dass er mir immer Let's Play 2 geht und dann reinredet. Alter, wieso war hier ein Creeper? Junge, meine Aufnahme hat nicht gestartet. Ja, super. Dann starte jetzt und du kriegst meinen Anfang. Ja, super. Fraps funktioniert nicht mehr. So ein Scheiß. Dann kriegst du meinen Anfang, wie ich hier gerade das Creeper habe. Neben mir steht ein Skelett und ich habe genau zwei Frames. Abwechslung. Geh weg. Verarscht mich. So, sorry Leute, dass bei mir gerade noch kein Bild ist. Wie gesagt, ihr kriegt von mir die Aufnahme. Video Settings. You zwar Sync. Wegen war Sync leckt es doch übel. Ja klar, wir haben auch nicht gesagt, dass du das einschalten sollst. Das war jetzt schon die ganze Zeit da. Alter, an den Frames. So, und ich versuche jetzt, selbst wenn ich lagge, zu dem Berg da drüben. Oh, ich habe immer noch ganze zwei Frames, obwohl mehr kann ich nicht runterstellen. Ist das alles auf off oder minimal? Also gut, also ich grabe mich jetzt hier in den Berg rein und versuche mir ein bisschen ernst zu tun und so weiter. Ja, wunderschön Minecraft zu spielen, wenn man gar nicht Minecraft spielen kann, sondern nur jede Sekunde einbilden. Ja, weil es auch Minecraft X ist Minecraft X. Alter, TechEd geht um einiges besser. Ja, bei dir, bei uns nicht. Ganz toll. Wir sind da. Jetzt weiß sowieso nur wir bei dir das Projekt angefangen haben. Ja, jetzt hat endlich. Was finde ich denn hier für ein Problem? So, jetzt habt ihr bei mir hier auch endlich eine Sicht. Und davor habt ihr die ganze Zeit von mir eine Sicht, wie ich hier das geile Erd finde. Ja, genau. Okay, und für die Folge haben wir uns vorgenommen, erstmal so ein paar Sachen zu farmen. Ich farme Erdse, du baust Haus. Ich baue Haus, okay. Hausbau. Hey, ich dachte, ihr hättet schon eine Folge aufgenommen. Redox, der Heimwerker mit Leib und Seele. Oh ja. Ich dachte, ihr hättet schon eine Folge aufgenommen. Ja eben, haben wir. Ja. Ja. Ja, wo ist denn ein? Alter! Wenn du jede Sekunde ein Bild hast, es kotzt an, Mann! Bild. Schrei nicht so rum. Bild. 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 Da muss ich wieder schön auf den Berg drauf hüpfen. Also ich weiß nicht, heute ist mein Computer schlecht drauf. Ich hab nur neun Frames. Na klar. Oh, ich hab nur einen. Ja, super. Ja, super. Heul halt. Ja, war's. Ja, war's einfach das beschissenste, die beschissenste Programmiersprache, die es überhaupt gibt. Ja. Ne, du bist unter mir. Ja. Was? Und du bist tot. Ne, Sneaky ist tot. Ach so, Sneaky war unter dir. Ich hab mir schon gedacht, ich bin unter dir. Dann hätt ich aber genau in die andere Richtung bauen müssen. Weil da hinten irgendwo ist Brought Back to Light bei, irgendwo bei dem Death Point. Death Point. Ja. Erster, warum es gefällt. Zweiter kommt. Äh, ich hab übrigens keine Facken. Sehr super optimal. Warum können diese hässlichen, fette Biest und Hackett Entwickler nicht machen, dass das leckfrei ist? Hallo, die schmeißen auch einfach nur ein paar hundert Mods zusammen. Eben. Und ich hab schon Bauxitoore. Okay, und ich hab Baumohr. Also einfach Baumstimme. Wenn ich ein Block abbaue, erscheint der wieder. Ja. Ich hab hier so, oh, ein Apfel, ein Apfel. Apfel, 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 Apfel. Mein Apfel. Was hat denn? So. Hm, wo, hier gibt's bestimmt nochmal irgendwo. Und ich habe, was hab ich? Oilsand hab ich hier schon. Ölsand? Ja. Okay, cool. Da. I'm the killer. Mhm. Es bestimmt ist hier doch noch irgendwo. Da. Da ist noch eins. Und da ist noch eins. Perfekt. Maximum FPS ist doch die beste Einstellung bei Perform. Oh, da steht er herum, der kleine Yammerlappen. Keep cool, keep cool. Genau. Server textures of full skin of particles. Oh, sapling, sapling. Oh. Geist, girl, out. Geist, girl, out. Oh. Nicht verkackt. Jetzt verrückt wie er sein Leben auf die Reihe trinkt. Und, äh, wieso sehe ich eigentlich auf meinem Radar nichts mehr? Weiß ich nicht. Ich sehe keine Creeper mehr, ich sehe dich nicht, ich sehe... Hast du vielleicht Radar ausgeschalten? Nein. Refix fast. So. Und jetzt wieder da hoch. Da unten ist A.K. Von Meereshöhe Achter. Hallo. Das ist der Critic. Dumm. 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 Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab's bei mir ausgeleckt, aber ich kann auch nichts mehr. So. Spitzecker hab ich noch, dann brauche ich hier nochmal ein bisschen Cobblestone ab. Oh, mein Gott. Und. Also wie gesagt, ich nehm hier auch nur mit 8 Frames teilweise auf. Ja. Oh, du Armer, du hast nur 8 Frames. Ja, hab ich auch noch. Ich hab viermal weniger. Oh, du Armer, du hast nur viermal weniger. Okay, das kann ich immer noch nicht abbauen. Hast du Eisen, A.K.? Nein, ich hab wie gesagt nur Bauxidohre und Oilcent. Ich hab zwei Frames. Das können wir da noch nicht abbauen, das ist doof. Du hast zwei Frames. Ich komm hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Let's Maul. Let's Maul. Ach ja, übrigens neu dabei ist Niki, wer's noch nicht bemerkt hat. Das haben wir gar nicht gesagt. Ist doch egal. Der mault eh noch nicht. Warum hatte ich gerade vier Frames? Du hast dann in den Himmel geguckt. Nein, ich hab auf den Boden geschaut und ich hab was. Schau in die Sterne. Jetzt hab ich nur noch einen Frames. Zwei. Juhu, wir sind wieder ab vorherringlich. Ah, bitte. Ah, bitte. Da ist der. Da. Und ich hab die Backgroundmusik. Auf die Ohren gehört weder Erde noch irgendeinem anderen Element an. Interessant. Options. Neckwitsch. Äh, ja. Das... Ja. Super. Apropos, ich bräuchte vielleicht mal neue Spitzhacken und sowas. Bitteschön. Hinter dir liegt sie. Du hast sie grad eingesaugen. Ja, super. Jetzt kann ich aus zwei Spitzhacken die Spitzhacken machen. Nein, warte, ja. Da. Da. Ist ne neue. So. Also geh ich jetzt wieder da unten nach... da unten sterben, oder wie war das? Ja. Ich hab in dieser Folge ja schon sehr viel hingekriegt. Ja, ich hab mehr hingekriegt als du. So. Und ich hab hier zwei Sub-Dengs, die ich mal natürlich sofort anpflanzen werde wieder. Zuck. Juhu, fly, ui! Und? Und? Ich hab nur noch zwei Leben und drei Hunger hab ich da auch noch. Scheiße. Hallo? Hallo, Sapling? Ich will den Sapling haben. Ja, Sapling lässt sich klar. Nein, der will nicht zu dir. Scheiß, Sapling. Willst du zu mir? Ja, der will zu mir. Ja, wie bist du? Alter Scheiße, ich hab nur noch ein Leben. Kannst du mal mit Essen runterkommen bitte? Ich hab nur einen Apfel. Ja, ist mir egal. Aber ich trau mir. WTF? Ich habe 33 Frames. Ja, du schaust in den Himmel. Glückwunsch. Nein, ich hab grad was in Skype gemacht. Aber ich kann immer noch keinen einzigen Block abbauen. Ja, das liegt am Legging Server. Ähm, da bist du. Oder bist du das? Ich weiß es gar nicht. Das bringt mir ein Let's Play, wenn ich keinen Block abbauen kann. Keine Ahnung. Hier bin ich. Äh. Auch da hinten? Moment, ich hab eins für Schweinefleisch. Hallo? Junge! Ich will den Block abbauen! Okay, jetzt hab ich nur noch einen Frame. Bam, 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 bam. Äh, Eck. Oh, Schweine geh ich jetzt drauf. Was? Okay, wo bist du? Ach da, ich seh dich. Scheiße. Bam! Okay, ich tot jetzt ein Schwein. Bam! Hit the Grotto. Warte, 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 warte. Ah ne, jetzt brauchst du ja keins mehr. Wann kann ich das essen? Perfekt. Ich weiß wenigstens, wo ich gestorben bin. Besser gesagt, durch den geilsten Death Point weiß ich, wo ich gestorben bin. Das ist so episch. Das, that's ethical. Ultra ethical. So, dann mach mal ein Spiel ab. Scheiße, wo ich meine Kitzhacken hin. Bam, 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 bam. Geil, meine fast kaputte hab ich, aber die ganze krieg ich nicht mehr, oder wie war das? Wolltest du mich eigentlich fett verarschen? No. So. Zack. Und schon wieder hier oben. Und hier ist ein großer Baum gewachsen, den will ich nicht abfüllen. Der ist toll. Doll, doll, doll. So. So, jetzt hab ich wieder zwei Fleisch. Ah, hier wollte ich nicht runter. Apropos, ich hab leider keine Fackeln. Guck mal. Und das ist ein Creeper, der sich mir nimmt. Und ein Skelett direkt unter mir. Kann das sein, dass wir, dass wir, dass wir Dingels haben? Das ist Inventory Tweaks. Ja, haben wir. Geil. Bam, 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 bam. Ähm, was wollte ich machen, was wollte ich machen? Ich wollte einen Ofen machen, den haben wir schon. Ähm, ich wollte mal gucken, wie man einen Generator baut. Und einen Meserator und so weiter und so fort. Genau, Generator. Joa, zwei Seiten mit Generator. Generator, Generator, Generator. Ich hab nicht das Leben für dich lassen zu gehen. Uuuuh, what the fuck. Der hat auch den Skype-Anruf verlassen. Hallo? Alter, ich ticke so aus, wenn die mich jetzt aus dem Skype-Anruf rausgeschmissen haben mal wieder. Alter. So, hallo? Was soll der Scheiß? Welcher Dab hat er aufgelegt? Es kotzt mich an, ey. Zwei-Frame. Ja, ist ja okay jetzt. Freu dich. Freu dich. Freu dich. Wie war das Minecraft-Anruf beschissen? Na, ist da einer hier. Ja, dafür nix bei dir, Ticket. So, ähm, was wollte ich da machen? Ich bin... Ah, ich hab... Und wie oft noch... Also, ich hab Kopperohre. Ganz richtig. Eins. Welcher Computer ohne Kühlung nach 5 Minuten Minecraft-Spielen abkackt, ist nun mal scheiße. Nein, der ist gut. Ähm, Kopper... Alter, halt's Maul jetzt einmal. Ähm, ich hab Kopperohre gefunden und ich hab Quarz-Crystal. Kopper ist sehr gut, das brauchen wir für... äh, für Kabels. Kabels! Ja, das weiß ich. Für Kabels! Ähm... Aber ich finde hier in diesem komischen Not-in-of-Items den Generator nicht. Der ist einfach nicht da. Warte. Generator... Petroleum-Generator? Ja, den hab ich aber sonst. Oder doch? Ist er? Quanten-Generator? Ne? Diesel-Generator, Thermal... Also, ich hab 5 Seiten mit Generator allein. Ja, ich hab 2 Seiten mit Generator. Da hab ich ihn. Ich hab ihn. So. Uh, wir haben Regale! Wir brauchen eine E-Batterie, Refined Iron und ein Iron Furnace. Also, wir brauchen Eisen. Ganz viel. Ähm, wenn du welches hast, sag Bescheid und ich baue jetzt erstmal das Haus. Skype online. So. Zack. Fürs Erste sollte mal ein kleines, klassisches Holzhaus reichen. Und vielleicht eine Schaufel. Nicht schlecht. Zack. Den. Zack. Äh... Stein. Alter, was ist das? Was gibt's denn da alles? Hallo, Steinschaufel. Es gibt hier... Krank viel Zeug. Also, sehr viel. Jaha. Zack. Zack. Nein! Boah. Das war knapp. Traps beende ich nicht. Ich will nämlich sehen, wie schlecht Frames ich hab. Aber sonst alles andere. So. Frames! Und ich höre ein Skelett nicht abschließen. Ist man natürlich nicht so tot jetzt. Aua! Alter! Scheiß Creeper, ey! Wieso funktioniert mein scheiß Radar nicht? Also, meins funktioniert. Also, Amarin, wie wir's schon besprochen haben, let's shit. Bleib beim scheißen. Ja, weh, du mutest dich nicht, dann bin ich böse. Nein. Eigentlich nicht. Oh, da hab ich wieder Oil Sand. Und da hab ich wieder Copper. Copper, Copper, Copper. Copper Cabana. Ähm, hast du... Piip! Eisen? Hast du Eisen? Kann jemand aus dem Kompfi rausschmeißen? Nein, hab ich nicht. Nein, er ist lead, er kann uns nur kicken. Ah. Ähm, wir brauchen einen Maserator, der ist so geil. Ja. Den brauchen wir für den Kompfi rausschmeißen. Mach halt die so so nicht dran. Hm. Weil die nach Magi stinkt, genau wie ganz Köln. Weil eine Magi-Fabrik abgefüllt ist dann. Super! Das ist so. Ja, Juhu, den ist investiert und... Aua, ey, die haben rote Augen! Hilfe! Ich bin fast tot. Ich denke, es interessiert dich, wenn ein Zuhause abbrennt, Amarin. Wow, fucking! Awesome! Amarin! Scheiße! Ich hab kein Schwert! Haha! Was ist los mit mir? Ja, komm halt her! Äh, dann skypeck irgendwie. Ja, ich bin unschuldig. Ähm, komm zu mir, ich kann das, äh, Schwerk geben. Ja, geil! Oder da läuft es. Ja, bin scheiße. Ich muss erst mal ganze Zeugs wieder einsammeln! Äh, bam 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 bam! So. Killst du die bitte mal alle? Skalette und so weiter, was hinter mir her ist? Ich bin beschäftigt mit Hausbau. Na da. Aber warte, ich komm gleich. So. Zuck. Und es wird schon epischer Sonnenaufgang. Yeah. Sag mir wann wieder Tag ist, ich hab mich hier grade eingebaut, weil ich hab keinen Bock nochmal zu sterben. Oh, unsere Kakaubon wachsen und unser, eines Weizen. Komm ich da noch Weizen? Ich will Weizen. Weizen, 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 Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Oh, 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 Weizen! Nein! Ich hab noch Aufkarsch bekommen. Äh, Weizen. Nein. Hä? Was hab ich da bekommen? Flexis. Oh, das. Hm. Okay, schade, nichts. Einfach mal hier Weizen. Und das da. Ich muss hier grade mit der Hand ins Skelett fertig machen. Wer hat das nochmal gesagt? Ich soll die Gigan News von Samstag angucken, was du gehört hast oder was ist Highwake? Highwake. Highwake, Highwake. Alter, das ist echt voll schlimm. Ja, Mist, ich hab vergessen Musik zu starten. Boah, RTl. Ne, egal, dann starte ich sie jetzt mitten dran. Was? Die Musik. Achso. Na, ich wird uns noch miteinander. Ja, weißt du, ich mach halt Dingens rein, wie heißt, ich mach halt Lizenz, ich denk zumindest, dass die Lizenz frei ist, auf jeden Fall Musik rein und verlinkt sie dann. Au, Alter, waren da viele Pfeile drin, die sind gerade alle runtergefallen und haben mich voll getroffen. Bum 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 bum. Ja, voll der Scheiß. Wieso baue ich das eigentlich mit der Hand? Logging in, logging in, logging in, logging in, wow, time off. Ja. Sie schauen mal was Neues. Aha, da unten drin eins. Oh mein Gott. Logging in, 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 logging in. Ja, ist okay, wir haben es verstanden. Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich. So, sorry, dass es bei mir gerade wieder geht. Kleine kurze Unterbrechung, ja, und jetzt so scheiß Ränder da sind. Ich hab zwei, F, E, S. Ich hab zehn. So, zack, 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 zack. Ich hab 15. Alter, mit einem Herz hab ich's überlebt, mit einem Herz. Boah, klar. So, zack, das wird hier so ein leichter Überhang, if you know what I mean. Überhang, Alter. Zack, zack. Der Übergang zum Überhang ist voll geil. Ich komm nicht auf den Server. Ey, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Boah. Was? Wir nehmen schon seit über 20 Minuten auf, Jungs. Oh mein Gott. 20 Minuten. Ich hab Glück gehabt. Passiert nichts. Und deshalb machen wir jetzt einen Cut. Oder wie war das? Ja, genau. Und, äh, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Und gönnt uns auf, vielleicht, oder nicht, oder vielleicht doch, oder vielleicht, wie ihr wollt halt. Und tschüss. Das geht's.